Ich nehme dir dein Blühstier, dein Bilderbuch, deinen Ball. Ich werfe dich aus dem Äppchen und nehme dir dein Dach über den Kopf. Deine Mutter wird dich fortreißen und deine Brüder ertränken. Nichts, nichts soll dir bleiben. Wenn Katastrophen wüten, trifft es Kinder am schlimmsten. Helfen Sie den Taifun-Opfern auf den Philippinen mit einem Care-Paket. Spenden Sie jetzt auf care.at. Spenden Sie den Taifun-Opfern.